Herzlich Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Wir sind in Chuchu Toys Land, whatever. Und wir haben hier letztens aufgehört im Spielzeugladen, im Spielwarenmarkt, wie es auch auf Deutsch heißt. Oh, 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 Kundschaft. Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Okay. Somit haben wir... Oh, oh, ich hab... Ah, ich hab was im Auge. Somit haben wir schon direkt Gesellschaft, schon vom Anfang an der Folge. Wieso weiß er denn schon, dass wir hier sind? Achso, okay. Wir haben seine Kollegen erledigt, wahrscheinlich in einigen Folgen. Oh. Oh, der sieht mich doch jetzt. Shit, aber auch. Oder auch nicht. Oder auch nicht, das heißt... Oh, ich knaff... Yeah. Fetz. Fetz. Let's fetz. Genau so. Sollte sich... Oh. Sollte sich gucken, dass wir... Mist, ich hab auch keinen Stein oder keine pisselige Pulle. Sonst hab ich immer ne Pulle bei mir. Ah, bleib da. So muss ich den Headshot verpassen. Ich werd mal direkt wechseln, wieder auf das Gewehr. Möchte ich trotzdem mal lautlos erledigen. Wenn ich schon einmal... Oh, 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 oh. Hui, 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 hui. Hui, hui, hui. Ich hab immer noch was im Auge. Ah, okay. Können wir die aufnehmen? Können wir die vielleicht verbessern? Ja, sehr schön. Machen wir doch direkt mal. Die Nahkampfwaffel... Waffel... Waffel... Die Nahkampfwaffel verbessern. Schmeckt bestimmt auch gut. So, ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Schauen wir mal. Der scheint hinter dem Van zu sein. Ah, da ist er. So. Jaja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß das, was ich nicht weiß. Ich weiß, dass du auf die Brille scheißt. Jajajajajaja. Ja, ja, sehr schön. Psst. So. Autsch. So, das hätten wir. Ja, ich möchte mich trotzdem nochmal umsehen. Haha, ich wusste es doch. Was haben wir hier? Oh, ein kleines Spielzeughäuschen. Wie süß. Hab ich früher nie... Ah, ich hab ganz vergessen den. Oh, hoppala. Ich hab ganz vergessen den, ähm, Bildschirmschoner auszuschalten. Sorry. Deshalb, da kann ich mich nämlich nicht selber sehen. Ich muss mich ja immer selber... Ich muss immer meine Hackfresse immer selber sehen. So. Ähm. Hatte ich früher nie gehabt, sondern Spielzeughäuschen. Wir hatten... Ich muss dazu sagen, ich hatte auch nie einen Garten. Und auf dem Balkon ist es schlecht. Ja, ist nicht schön. So. Das hätten wir... Gemeistert. Ich vermute mal, wir müssen hier oben rauf. Ja. So. Allihopp. Allihopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Oh. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Ich könnte mich doch direkt hinter verstecken eigentlich, oder? Aber der Joel geht nicht sofort in Deckung, oder? Oh. Hallo, hallo, geh doch hin. Hallo. Ah. Motherfucker. Bæm! Alte! Erdbeersoße mache ich aus euch! Also nur im Spiel. Muss ich immer wieder dazuerwägen, ne? Vielleicht das ist jetzt wieder heiß die... Videospiele machen... ...gewalt... äh... ...macht Gewalt bereit. Gewalt bereit? Welch, wo kommt er denn her? Ist das wirklich sicher? So nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich habe einen ungelegt. Okay. Ein Firefly-Anhänger. Also schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Die sehen ja meistens immer gleich. Okay, schauen wir uns den trotzdem mal an. Lucas Rios, übrigens. 0295. Oh, du bist vierter, ne? Ah, ja. Okay. Oh, wir waren auf der Frauentoilette. Ups. Entschuldigung, liebe Damen, die jetzt vielleicht zusehen. Mache ich sonst nie. Vielleicht mal in der Disco. Natürlich auch nicht. Hui. So. Hier gibt es doch bestimmt was zum Sammeln. Natürlich, das sieht doch förmlich aus. Oh, ein Zeichenbrett. Ich konnte früher mal richtig schön Geometrie war immer mein Lieblingsfachgebiet in der Schule. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Da liegt doch was rum. Pillen, 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 Mann. Immer wieder gut gelaunt, das ist der Pillen. Ups. Was haben wir hier? Ruckl, 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 Frühstücksflakes von Ruckln. Invitatioon, Invitatioon, come and join us. Send hope. Send Hoffnung. Broadinghouse for rent. Okay, boarding. Boarding kommt doch normalerweise vom Flughafen, ne? Da gehen wir auch immer boarden. Sind das vielleicht... Kann das vielleicht sein, dass das die Entwickler sind auf den Bildern? Kann das vielleicht möglich sein, dass sie sich da selbst so ein bisschen verewigt haben in dem... in dem Spiel? Naja. So, ähm... Du kannst wieder aufstehen, Joel. Über all diese Fotos. Diese Bildschirm. Naja, gehen wir mal weiter. Wow. Er hat einen Schlüssel. Hui. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Mir macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Das sollten wir mal tun. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Entschuldigung. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Auf geht's. So, dann werden wir wahrscheinlich jetzt versuchen, das... Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ich möchte mich trotzdem noch mal umsehen ein wenig. Ich wusste es doch, dass hier noch was liegt. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Oh, das ist übrigens die Brücke. Die wir ja gesucht haben und dann auch gefunden haben. Huch. Hoppala. Huch. Wo geht's hier lang? Nirgends. Na toll. Super. Ja, und wir sind immer noch mitten im Abenteuer von The Last of Us. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, seid ihr es auch mittendrin. Mittendrin steht nur dabei. Okay, er geht in die Hucke. Damit tun wir das auch. Uiuiuiuiuiui. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Okay. Machen wir. Hey, ich komme dir nach. Ja, los. Okay. Los, los, los. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spiele. Ich lege ihn schlafen. Er anscheinend, äh, nicht so. Okay. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Ui, hier liegt ja was. Jede Menge Sachen. Lappen sind voll, ist auch voll. Das ist mal ein komischer Bildschirm, der solche Geräusche macht, wenn er auf den Boden fällt. Bei mir hört sich das ein bisschen anders an. Kann ich jetzt nicht demonstrieren. Das knallt immer dann so laut. Und da muss ich mir dann alle zwei Tage immer einen neuen kaufen, wenn ich das mal auf YouTube demonstriere. Oh. Ja, da habe ich schon gesehen. Oh, da drüben. Oh. Das ist dann schon ein Scharfschitz, ja okay. Der läuft aber immer noch. Okay. Schauen wir mal, dass wir außerhalb des Sichtfeldes vom Scheinwerfer bleiben. Dass wir da keine Probleme bekommen werden. Feucht uns eigentlich der? Nee. Warte doch. Duck dich doch. Duck dich. Ich weiß, dass ich damals auch hier in dieser Passage auch Schwierigkeiten hatte. Weil das auch verdammt schwierig war an einigen Stellen. Uah. Wo, 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 wo. Er da oben kriegt es nicht mit. Natürlich. Aber ich kann ihm den Generator ausstellen. Aber jetzt kommen noch mehr. Das ist das Problem. So. Aua. Stirb. 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 Na los. Das ist wahr. Stirb. 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 Super Erfolg. Oh, da! Hinter mir! Das funktioniert ja ganz gut, würde ich sagen. Das lief, lief cremig. Das lief gut. Das lief sehr, sehr schön. Henry, genau. Unser Henry. Unser neuer Freund. Oh, oh. Ich der schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Dankeschön. Wir sollten mal ein Medikit benutzen Ich werde es mal eben tun Weil jetzt brauchen wir definitiv eins Weil sonst gehen wir glaube ich drauf Was haben wir hier? Oh, okay Okay, schau mal nach Alles klar, Sam, los geht's Okay, los, auf geht's Komm schon Schneller, schneller Lally, der hat dich Okay, hol den hoch Es tut mir leid Wir haben ab Was? Was zum Teufel, Henry Was? Nachdem wir ihm so geholfen haben What the fuck Okay Oh, das geht Aua, das geht mächtig, Aua Aua Das geht mächtig, Aua Oh, hier gibt es wieder was zu sammeln Ein Spind, den können wir leider nicht öffnen Schauen wir uns mal Oh, oh, oh Oh, wir kriegen schon wieder Kundschaft Ein bisschen ablenken ist immer gut So Hm, vielleicht eine Runde Poolbillard Hätte ich auch mal Lust gerade Habe ich schon lange nicht mehr gespielt Fällt mir gerade auf Irish Pub steht da oben Wo ist Civilians? Oh, da liegt ein Backstein Den kann ich in andere Rübe schmeißen Backstein, Backstein Alles muss verstackt sein Über Stock und Stein Jeder kriegt einen rein Uaaaa Uaaaa Komm, geh in Deckung Tja, hol Geh in Deckung So Uaaaa Den schmeiß ich jetzt voll an ne Birne Den schmeiß ich den jetzt voll an ne Birne Moment, 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 Moment Die Zeche brennt Wo ist er? Wo ist er denn? Oder laufen da zwei rum? Läuft da noch einer rum, oder? Wo bist du? Hä? Okay Oder sind da doch Ach da Ach da schimmelt noch einer Schmeiß ich jetzt voll an ne Rübe Oh, du Scheiße Dafür wirst du bezahlen Ja Uaaaa Scheiße 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 Stimmt Aua, Aua Kuss doch mal voll auf die Fresse, Aldi So, Bäm 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 Scheiße, oh, töte mich nicht mal Bitte, bitte, bitte Lass mich Oh, Scheiße Hasta la vista Baby Mwahaha Gut, ich würde mal sagen Oh mein Gott Das war jetzt mal ein episches Bild Ein ekliges Bild Nicht episch, eklig Natürlich Bauen wir uns wieder ein neues Medikit Wir gehen ganz schön Forsch jetzt Zur Sache In der letzten Zeit Und nicht mehr so Entspannt Das ist doch ganz schön Action hier Ähm Wo ging es denn hier nochmal weiter Ach ja, hier Stimmt Ich vergaß Wie war das denn nochmal? War das jetzt? Ah ja Oh, die Brücke Stimmt Die haben wir noch gar nicht gefunden gehabt Wow Wo! Oho 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 Woa Low forest Nooo Low forest ganz toll zu hoch und du kannst nicht schwimmen ich gebe dir deckung und dann ernst keine diskussion das hätte uns auge gehen können aber ganz gewaltig guck mal ok und was habe ich gesagt alles klar es geht ihm gut wisst ihr Sam hat euch entdeckt ihr habt echt viel Wasser geschlüpfen was ist dein Problem man? Henry! hey 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 er ist sauer aber er wird uns nicht zu bist du dir da sicher? Stopp! Joel! er hat uns da draußen im Stich gelassen nein ihr konnte das allein schaffen und ihr lebt aber euch zu helfen dann hätte ihn gefährdet bleibt da werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht ich hab dich gerettet und mich auch Joel wir wären ertrunken es ist schon gut ich bin okay was mich angeht ich bin froh dass ihr lebt also der Funkturm ist hinter dieser Klippe ok da gibt's tonnenweise Zeug du wirst froh sein dass du mich hast wir sehen uns hier mal um ob er da so sicher ist alles klar naja suchen wir jetzt diesen Funkturm ja suchen wir den Funkturm und schauen uns hier am Strand ein wenig um hey vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben Mr. Krabs war das grad gewesen oder oder Su которой es stimmt ob sie mir oder Professor wird Futurama ich bin schon dabei ich soll eine Krabbe aber das sieht so toll aus hier Ui, ein Bütchen. Ein Bütchen. Da mach ich mir doch gleich ins Höschen. Hallo, ich spring da wieder. Genau, eins nach dem anderen. Kriegen wir die Tür hier auf? Ja. Wow. Oh, hier gibt es was zu sammeln. Sehr schön. Da ist noch einer. Ein Comic. Für Ellie. Und was zum Lesen. Na, verbessern wir mal unsere Nahkampfwaffe mal auf die Schnelle. Und schauen wir mal eben die Notizen. Dann müssen wir mal wieder suchen, auf die Suche gehen. Bootsnotiz. Da ist er doch schon. Oh, einmal jucken. Und vergrößern. What are you looking for? Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zu See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht drauf auf... Ne, tretet bitte nicht auf mein Schädel. Danke. So. Ich. Ich heißt der. Ich. Guck, vielleicht schnitten wir ja sogar den Captain hier irgendwo. Sieht jetzt nicht danach. Was haben wir da? Was steht da? Kingdom. Kingdom in the Kitchen. Das ist ein bestimmtes Kochbuch. Kingdom in the Kitchen. Habe ich übrigens auch in meinem Bücherregal hinter mir stehen. Kingdom in the Kitchen. Das ist ein tolles Buch. Sehr schöne Rezepte drin. Vor allem auch von Krabben. So. Huch. Stoßte nicht die Birne, Joel. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir noch ein Boot. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Schönes. Da liegt doch was. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass da was da hat. Hallo. Das andere will ich. Hallo. Aber ist denn sowas möglich? Gibt's doch nicht. Na, vielleicht ist die Munition auch voll. Ich weiß es nicht. Ja, hier geht's nicht weiter. Doppel. Ja, hätte ich was. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass Sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Klar, ich habe eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich hatte früher eine Yacht. Ehrlich? Nein. Wie geil ist Joel denn jetzt drauf? Erst war es Ellie und jetzt macht es Joel mit Ellie. Wie geil ist das denn? Herrlich. Ich mag die beiden. Ich habe die jetzt schon lieb gewonnen. Ja. Hey, Ellie. Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Ja. Lass uns mal nachsehen. Aber ich würde sagen, wir sehen danach in der nächsten Folge. Und da schaltet ihr auf jeden Fall wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.